Gifte zu mir, das ist ein Spaß, ähm, solltet ihr auch nicht, Drogen sind scheiße, ähm, Fabi65 haut 2,50 raus und sagt, feier dich richtig, wann kommt eigentlich mal wieder ein Video, Kappa, Videos, habe ich überhaupt einen YouTube Channel, ich glaube YouTube hat mir den weggenommen, Digga, jetzt komm, snipe, ja, snipe ihn, los, 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 was ist das, los, 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 hey, hey, was ist das, los, 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 hey, 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 paper, ist das, was, los, 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 uns, los, 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 los. Weil ich irgendwie so Wahnsinn, warte's relacione gegen mich, weil ich ehrlich das mal auch Dinge predictable habe, gener甚麼 wie Tuske, meinte, die paar Backen- pulp, kommt endlich lauf und an nochmal komplett abend, weil ich so Quiteлуч. Einen einkassiert Hier bei was? Boah was geht das? Digga 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 das wird soo in Fortnite Deutschland sein Grüß ihn raus Abonniert alle Fortnite Deutschland Alter schau Oh Gegner ist unter uns Hahahaha 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 Digga das kann man nicht so scheiße ausdecken Digga das ist die allergrößte blau Witte die ich je getroffen hab Digga ist das geil man Ich liebe dieses Spiel Ich liebe dieses Spiel Hahahaha Hahahaha Digga er ist ne scheiß Blaumütze Er ist so lost Digga er ist so lost Er sitzt da mit C4 Wie langsam er sich gedreht hat Er hat Blickempfindlichkeit minus 10 Bruder muss los Alter ist das geil Holy shit man Komplett verloren der Gegner Komplett verloren Das Liebe Fische Was an der Stelle Komplett Was dachtest du denn wie alt ich bin Ich hab gedacht dass du vom Alter männlich bist Ah ok Also bin ich nicht männlich nur weil ich jünger bin Ja 16 ist der Bruder Ja Weißt du jetzt Kinder oder nicht Dann würdest du dich bei unseren Sextalks auf jeden Fall ausschießen Digga Hahahaha 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 Hier kommt noch etwas mehr Bart souls als du mit deinen Hirten AF onder Erre genommen geläht E ... Oh hoAmTschule der Shepard UMER Herr Hey Ich bin Mew load down rein Jungs Oh Ah Benim E E E E Ich bin Mew liver Is D D Du bist doppelt so alt wie ihr Das ist mir scheißegal, du Quadratkopf, Digga, er hat grad dein Leben in der Lüge und den Drunk aus deinen Arm gehst. Nein, 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 nochmal, nochmal. Mach jetzt den Scheiß, Alter. Deine scheiß Ehre genommen, du kleiner Zigeuner. Verdammte Scheiße, Alter, das war ja der geilste Scheiß ever, Mann. Ich hab so Herzklopfen, Bruder. Fucking Leben beendet, Mann. Nee, nee, nee. Das ist ja mal voll die geile Idee, Digga. Wir sind immer noch oben drauf, weil ich first den Wixler jetzt. First. Arsten, du schraubst jetzt deine Lottsteiger runter. Ja, Mama. Und ich bin kein Panzer. Ja, okay. Ja, bin jetzt möglich. Gute Nacht. Bis dann. Schau, 105 mal in seine Fresse. Das war komplett mit meiner Ehe. Ich einfach On-Steam an vor... I believe I can fly. Oh mein Gott. Ehre genommen. Ich verkauf meinen YouTube-Channel. Kamu, brauchst du einen YouTube-Channel. Ja, lass rüber wachsen, Bruder. Mann. Sorry. Hä? Was denn war das? Wo bist du denn? Ich glaub, die sind ja beide auch die gleichen Gegner drauf. Ja, Moin. Ich kill dir ein anderes Team gerade. Nein, wir wollen nicht! Wer hat keinen Staat gekämmert und sucks. hat der einen Crit bekommen, ich muss los! oder, lass mich auch noch mal ein bisschen Spaß haben... Alter, ich werd Ohnmächtig. Kom zu mir, komm zu mir... Karsten, das können wir jetzt machen hey, ruhig bleiben, Digga, komm her. Alter, ich werd Ohnmächtig Lan-Sim hat der einenzeń Krit bekommen, Alter ist das eine... Frechheit. Die Pumpkart ist eine Frechheit. Da. Vicedem war das ein 230er-Krit auf seinen lachsnacken? Hier ist ein goldener Rocket Luncher, nimm dir Danny Oh, Alter 200 EQ Player Er ist ein fucking 200 EQ Player Alter, Digga Alter, das feiert ja gerade richtig hart Wie geil Bruder, er ist ein fucking 200 EQ Player Alter, what the fuck, wie geil Big Fan, Digga, Big Fan Die Jahresedition, da brauche ich mindestens Mein Spiel ist wieder hängen geblieben, Jungs Alter Alter Ich drehe jetzt gleich durch, gleich kriegt irgendwas Gleich, ohne Scheiß, gleich live on stream Ich schmeiß die Playstation durchs Zimmer Gleich ist vorbei hier, Alter Durchs Fenster, Digga, dann ist die Safe kaputt Das Schöne ist, durch Playstation Auto-Load Meine ganzen Spielstände Sind eh gesaved in der Cloud Das bedeutet, ich kann die Playstation auf jeden Fall kaputt machen Das ist das Schöne dran Ja, meine ganzen Spielstände von den Games sind eh in der Cloud Auto-Load for the win Also, macht nochmal kurz hier den Streamer-Loot an für mich Mal kurz checken wegen Falle Alter Alter, ist das ein Upfuck-Game, ne? Das ist so ein Upfuck-Game geworden, Alter Ist das ein Upfuck-Game, Alter Was sind das für Runden, den So eine Scheiße, Mann So eine Scheiße Ja, ist doch okay, Junge Ist doch okay Ach, Mann Warum liegt der hier im Spokulodark, Mann? Ihr Huren-Söhne Dammten Nutten-Bengel, ihr alle Ich fick eure Mütter, Alter Jetzt mein Rucksack Dann denke ich mich, oh shit Och ne, wir haben nen Random Und er hat nen Känzer-Mike Oh, Mann Warum hast du das aktiviert, Digga? Was denn? Ich bin der coolen Junge? Ich bin der coolen Junge? Halt, die Schöße, Mann Tellt ihr, du Schpast Was hat er gesagt? Jetzt, direr, you're gonna all die Let's dropshifting Just come here Alter, die Schöße, Stimme, sein Partner, Mann Oh, Mann Digga, Mütter Oh, Mann Oh, Mann Oh, mein Aiming, Digga, im Mäu Dieser Scheiß-Motorrad-T-Bus-One-Shot Nein, die Motorrad-Frau, mein ich Digga, was schluckt denn, die Bitch? Ordentlich Support reingehauen Grüße gehen raus, mein lieber Nick Und ist die COD-Beta Mann, benutzt doch Google, Mann Immer diese Scheiß-Fragen, Digga Das kostet nicht zwei Sekunden Du kleiner Mixer Mann, du hast doch eh nichts zu tun Als den ganzen Tag auf deinem Scheiß-Smartphone rumzutippen Warum fragst du jetzt zum tausendsten Mal Du verli... Warum fragst du das jetzt, Mann Du Nerd Benutzt Scheiß-Google auf deinem Scheiß-Smartphone Fucking hell Mäu Bis zum nächsten Mal.